Habt ihr Freunde, Bekannte oder Verwandte, die Flüchtlinge bei sich unterbringen? Wolltet ihr Flüchtlinge bei euch zu Hause aufnehmen? Das ist doch nichts Besonderes, meint Michael Seiler. Auf seinem Berghof will er Flüchtlinge aus Syrien bei sich aufnehmen. Kost, Logis und Fürsorge bekommen sie von Seiler. Dafür können sie gleich auf dem Hof mit anpacken. Als Gärtner oder Handwerker zum Beispiel. Zu tun gibt es immer genug und, das ist doch das Beste, wenn man gleich merkt, dass man hier gebraucht wird, findet Seiler und sagt weiter, man kann die Flüchtlinge nicht einfach wie Waren hier hereinlassen. Es sind Menschen, die hier ankommen. Hier Schweiz. Zutiefst demokratisch, politisch neutral, gelegen inmitten Europas. Ein Traum für viele Flüchtlinge. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind mehr als zwei Millionen Menschen eingewandert oder leben als Sekons, als Kinder von Einwanderern in der Schweiz. Rund jeder Fünfte hat ausländische Wurzeln. Auf ihre humanitäre Tradition sind die Schweizer stolz. Als ein Ex-Jugoslawien Krieg herrschte, nahm die Schweiz mehr als 80.000 Flüchtlinge auf. Als in Ägypten, Tunesien und anderen arabischen Ländern die Revolution ausbrachen, kamen rund 7.000 Menschen. Seit in Syrien Bürgerkrieg herrscht, haben rund 3.000 Syrier in der Schweiz Asyl gesucht. Aber die Schweizer Gastfreundschaft hat Risse. In diesem Sommer entschieden sich die Schweizer mit großer Mehrheit dafür, das Asylrecht zu verschärfen. 2012 wurde nur jeder achte Asylbewerber von der Schweiz anerkannt. Und vor vier Jahren stimmte die Mehrheit der Schweizer für ein Minarettverbot. Die Schweiz ist ein kleines Land. Man sucht einen Konsens, und die Politiker wollen es sich nicht mit den Bürgern verscherzen, sagt Stefan Frey von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Ihm ist ganz wichtig, dass die Schweiz zwei Gesichter hat, ein hässliches, in dem Fremdenfeindlichkeit den Ton bestimmt, und ein bedächtiges, auf konkrete Hilfe bedachtes Angesicht. Diese beiden Gesichter der Schweiz kennt Gasly mit Nasirow sehr gut. Er flüchtete aus Aserbetschalen in die Schweiz. Hauptsache Europa. Das war sein erster Gedanke. Europa ist demokratisch. Hier werden die Menschenrechte geachtet. Da wollte ich hin, sagte er. Arabische Scheichs werden in Genf mit großen Ehren empfangen, und niemand fragt, ob sie Switscherdeutsch sprechen und sich ordentlich integrieren. Aber ich bin sehr stolz auf die junge Generation, sagt Nasirow. Sie sind viel offener als die Älteren, denken nicht so engen Rahmen, und sind interessierter am Fremden. Das macht mehr Hoffnung für die Zukunft. Das macht mehr Hoffnung für die Zukunft.